Ich weiß noch gut, wie es war, als ich meine Macht als Schuldner zum ersten Mal so richtig spürte. Damals kam mich einer meiner Gläubiger besuchen. Ich sollte eine riesengroße Geldsumme beschaffen, und zwar auf der Stelle. Das konnte ich nicht. Aber statt, wie von meinem Gegenüber erwartet, unterwürfig zitternd in den Staub zu sinken, erklärte ich meinem Gegenüber souverän, dass er sich den schnellen Scheck fürs Erste abschminken könne. Da ich mein Vermögen perfekt abgesichert hatte, war für meinen Gläubiger nichts zu holen, und seine Welt fiel augenblicklich in Trümmern. Seither weiß ich, wenn sich ein Schuldner erst einmal seiner Macht bewusst geworden ist, dann ist alleine er es, der in der Schuldenabbauphase die Regeln bestimmt. Lassen Sie sich deshalb helfen, von meinem Ratgeber die Macht des Schuldners. Erfahren Sie, wie Sie durch selbstbewusstes Auftreten gegenüber Ihren Gläubigern erstklassige Vergleiche erzielen können. Und dadurch werden mehr Lebensqualität und finanzielle Freiheit für Ihr Leben zurückgewinnen. Kostenlose Informationen finden Sie auch auf der www.erfolgsonline.de. Machen Sie es gut, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Grademacher. ④